Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play A Water der Elemente. Die Erde brennt. Ich hab null Plan, was wir machen müssen. Okay, das wird uns ja auch nicht gesagt. Scheiße, ich hätte lieber nachgucken sollen. Ich glaube, wir müssen Appa und Momo finden, wenn ich mich nicht recht entsinne im Nord. Oh, ich glaube, es war im Nordosten. Äh, weißt du noch jemand, wo die waren? Ja, ich glaube, es war im Nordosten, wenn ich mich nicht ganz vertue gerade. Aber ich wüsste auch nicht wirklich, wo. So da rechts oder wo? Oh, das hat sich gereimt. Okay, Leute. Heute vor ungefähr zwei Stunden oder so. Ne, nicht vor zwei Stunden. Was labere ich? Heute Morgen wollte ich an den PC den Part, den heutigen Part, also für Montag, äh, den Part zu Saints Row rendern und noch hochladen. Was ist? Mache ich unten mal eine Steckerleiste an, das bei mir mein ganzes Equipment angeht. Was ist denn? Auf einmal zischt es so, 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 so. Was ist denn, was ist denn noch ein PC kaputt ist und bla bla bla. Und dann habe ich mal geguckt. Und dann wollte ich nochmal den PC neu an und aus machen. Also, an der Steckerleiste die Steckerleiste an, neu an machen. Und dann ging ich sie gar nicht mehr an. Und, äh, heute war meine Schwester zu Hause, weil sie nicht arbeiten musste. Und dann rufe ich so, äh, Schwester. Äh. Na, okay, wir nennen sie meinen Namen. Sarah, was mache ich denn jetzt? Was ist, wenn mein PC kaputt ist? Oder die Steckerleiste? Was ist, wenn da jetzt irgendwas durchgebrannt ist? Und die so, ach. Mal gucken. Und dann hat sie die Steckerleiste angemacht. Und dann hat sie kurz, ich, dann macht sie so, oh. Ich glaube, wir müssen das wirklich schnell wieder ausmachen. Nicht, dass noch irgendwas passieren könnte. Und ich so, okay. Dann habe ich schon gedacht, ja, scheiße, was mache ich? Jetzt muss ich auf meinen Vater warten, bis er von der Arbeit kommt. Dass wir irgendwie in den Baumarkt fahren. Dass wir eine neue Steckerleiste kaufen. Weil wir keine andere mehr zu Hause hatten. Und auf einmal fällt mir ein, ich hab doch noch am, also ich benutze doch für den Fernseher und meine Playstation und alles. Doch auch eine Steckerleiste. Und ich glaube, das ist auch so eine Mega-Leiste. Okay, hier sind schon mal gar keine. Äh. Kann man hier hoch? Nee. Und dann habe ich so überlegt, ja, okay. Ich habe drei Stecker. Also, äh, Fernseh, Playstation und den Receiver. Dann habe ich mir so gedacht, what the fuck. Ich benutze da hinten für den PC auch nochmal einen anderen dreifach Stecker. Also, ich habe jetzt gesagt, glaube ich, zehn Stecker da verlegt, was von unnötig war. Unnötig war. Also, ich hatte zehn Steckerplätze, habe aber nur sechs genutzt. Schlau irgendwie. Und dann habe ich einfach die Steckerleisten ausgetauscht. Jetzt habe ich hier unten die vom, die beim, die vor Feuer beim Fernsehen war. Und beim Fernsehen ist die, die am PC Feuer war, diese dreifach Stöcker. Warum kommen wir hier nicht durch? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe. Doch. Jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen da in, in das Dorf hier. Und dann, da wo dieses ZZ steht, müssen wir einfach rechts hochlaufen. Ich bin aber auch manchmal echt verrückt hier. Meine Güte. Müssen wir uns nochmal ausruhen oder geht das? Ach, das geht. Obwohl, sicher ist sicher, dann machen wir es lieber mal. Welches Haus ist es das hier? Bestimmt ist es das hier. Ja. Gut, dann geht es jetzt in den Nordosten. Aber er, warum komme ich hier auch nicht durch? Wo muss ich denn dann hin? Oder muss ich nach unten? I'm very confused right now. So, wo willst du mich hinbringen? Oh, so leicht war es. Oh, da ist Momo. Momo. Oh, da ist auch Appa. Ein bisschen, äh, mit Lian bedeckt, aber... Schön, äh, schönes Outfit, Appa. Appa, du hast dich in diesen Ranken verfangen. Knurr. Halte durch, Kumpel. Ich hole dich da raus. Ach, als wäre das jetzt so ein Weltproblem. What the fuck? Arrge. Das nenne ich mal... What the fuck? What the fuck? Wer benutzt deine Hände so zum... What the fuck? Ah, ich muss wahrscheinlich Katara da retten, da? Nee, muss ich noch? Muss ich noch. Katara, willst du mal holen? Herr, wo greift man denn an? Hä? I'm confused. Ach, bei den Armen, oder wie? What the fuck? What the fuck? Ja, ich verstehe es nicht. Hier oder wie? Ja, hier ist eine gute Angriffsstelle. Okay. Und einen nicht helfen lassen. Alter! What the fuck? Da kann man ja echt nichts machen. Außer wenn man wieder geschlagen ist. Alter, jetzt hänge ich ja schon wieder fest. Well, ist der Fell, der trifft mich gar nicht. Oh, das war auch Fell von mir. Alter, jetzt kann ich mich hier schon wieder nicht bewegen. What the fuck? Oh, der Scheiß. Das hat aber viel Damage gezogen. Weh, ich werde jetzt wieder festgemacht. Warte, ich muss mal kurz hier... Brot? Ja, Brot und... Den Reiskuchen war das, glaube ich. Ich habe erst in der letzten Folge nachgeguckt und habe es schon wieder vergessen. Ich bin doch echt mega schlecht. Aua. Ich verstehe nicht. Wo greift denn der Bossmonster jetzt? Der Bossmonster, gutes Deutsch. Das Bossmonster jetzt an? Egal. Egal, jetzt einfach nur noch... Spam, bis es down ist. Das Lianen... Monster. Alter, dieses Festmix ist ja echt mega lame. So. Da, Hazard. Was haben wir bekommen? Ach, so ein Verteidigungsding, ey. Ah, Arten könnte den gebrauchen. Du bist ein Wasserbändiger? Null. Ich auch. Auf diese Weise bewege ich die Ranken. Warte, fuck. Das ist die Stimmung von Mr. Krabs. Ist so eine Avatar-Sache. Der Avatar. Mann, ich dachte, du wärst einer dieser Feuerbändiger von der Maschine. Bist du der Beschützer des Sumpfs? Oh mein Gott. Ich schätze, das kann man so sagen. Aber es geht um mehr als den Sumpf. Der Sumpf ist eins. Er ist ein Organismus und er zeigt uns, dass alles andere auch verbunden ist. Manchmal zeigt er uns Visionen der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft. Hier, Avatar, berühre ihn. Spüre die ganze Erde. Stimmt, Deborah. Das ist ja eins der Hauptelemente hier im zweiten Kapitel. Stimmt. Warum, Ahan? Was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Ich denke, wir sollten erst nach Gaulingen. Ich habe die Gegenwart meines Erdbändiger-Lehrers gespürt. Wir müssen den Sumpf verlassen. Das klingt gut. Ich finde den Sumpf echt unheimlich. Nichts gegen dich. Keine Sorge. Finde ich auch manchmal unheimlich. Da war jetzt so eine Spinne auf dem Kopf. Okay. Mit keinem anderen Anhaltspunkt, als der Vision die Argen im Sumpf hatte, erreichte die Gruppe Gaulingen. Ihr Ziel ist es, Argens Erdbändiger-Lehrer zu finden. Aber Sokka ist vielmehr darauf aus, einen neuen Beutel zu kaufen. Ach, diese Szene mit dem Beutel. Ich fand das schon damals in der Ding lustig. In der Serie Buch 2 Erde Kapitel 4 Der blinde Bandit Er ist zwar teuer, aber er gefällt mir echt gut. Dann solltest du ihn dir kaufen. Du hast dir etwas Schönes verdient. Habe ich wirklich, oder? Aber nein. Ist zu teuer. Ich mache das besser nicht. In Ordnung. Dann eben nicht. Moment, Moment. Ach. Aber ich weiß nicht, ob ich es nicht doch soll. Wird ich ihn einfach jetzt links liegen lassen. Hey, mögt ihr Kinder die Erdbändigerei? Mögt ihr Steine werfen? Dann geht zu Meister Jus Erdbändiger Akademie. Oh, we received a sheet of paper. Auf der Rückseite ist ein Gutschein. Die erste Stunde ist gratis. Uh. Wer weiß. Dieser Meister Jus könnte der Erdbändiger Lehrer sein, den du suchst. Hat er sich jetzt gekauft? Oh. Sokka, Arn und ich schauen uns mal die Erdbändiger Akademie an. Wir treffen uns dort, wenn du hier fertig bist. Falls er fertig wird. Hm. Der Griff ist echte Handwerksarbeit. Meine Güte, Sokka. So. Wir hatten noch dieses da. Das geben wir jetzt mal. Alle drei geben wir mal Arn. Weil ich hab gerade geguckt. Katara hat schon 41. Und wir sollten erst mal gucken, wo das Ding überhaupt ist. Ja. Bla, bla, bla. Das Flugblatt führt zu Angstmeister. Gut. Was ist das für ein Symbol? Da ist doch dieses ZZ, der Apfel. Und was ist das oben drüber? Gleich mal ausprobieren, nachdem wir in dem... ZZ, in dem Pokémon Center für Avatare waren. Was könnte... Was könnte denn das sein? Bestimmt wieder so diese Dinger verkaufen. Wie Verteidigung und sowas. So ein Laden ist es bestimmt wieder. Ja, ja, ja. Was ist das? Wir gegen Lähmungen. Wir gegen Benommenheit. Nee, brauchen wir. Oder wir kaufen mal... Nein, nicht Abbruch. Ich wollte eigentlich von beidem eins kaufen. Oh, Mann. Da. Und jetzt? Ah. So, jetzt haben wir beide Dinger. Und jetzt können wir... Zu dieser Schule. Ach, die ist da. Okay, die ist uns sogar ausgeschildert, wo wir hin müssen. Und ich habe das Gefühl, ich sollte auch noch... Äh... Was über die Asynchronität im letzten Part erzählen. Wäre nicht genau diese blöden Cutscenes hier. Nicht so schnell. Die Straße ist gesperrt. Oh, ich verstehe. Ihr Soldaten des Erdkönigreichs macht euren Job wirklich gut. Hehe. Ja, wir haben Spaß an unserer Arbeit. Dieses magere Kind ist also der Avatar? Hm. Die Feuernetzung bietet so ein hohes Kopfgeld für den. Hey, das ist ein Poster. Von mir. Äh... Das ist ein Steckbrief. Sieht ganz so aus, als wäre recht berühmt. Nun, da wir hier nicht entlang gehen können... Nehmen wir eben die andere Straße. Hm. Zu viel dazu. Diese Straße ist ebenfalls gesperrt. Und wie sollen wir hier von hier wegkommen? Nicht unser Problem. Wir sollen nur die Typen auf den Steckbriefen gefangen nehmen. Ihr wollt den Avatar dann nicht der Feuernation ausliefern, oder? Wer hier an wen ausliefert wird, ist das nicht unsere Sache. Wir verdienen so lediglich unser Geld, und das ist besser als richtige Arbeit. Ihr Typen seid echt unglaublich. Oh, jetzt gibt's erstmal einen fettigen Fight, hä? Wo wir die Leute jetzt fertig machen. Oh, sogar ein Minibus. Alter. Da hat dein Lanz aber eine Großreichweite. Bisschen zweideutig denke, und dann ist es lustiger, wa? Okay, ich hoffe zu reden. Ja, genau. Also jetzt zu der Asynchronität im letzten Part. Äh, ich hab keinen Plan warum. Ich habe es so gemacht, wie immer, wie ich immer aufnehme, wie die Parts eigentlich nie asynchron werden. Und, äh, komischerweise war wirklich das Video, äh, die Audiospur ein bisschen länger als das Video. Und ich hab nur Plan. Ich glaub, das lag daran, an diesem kleinen Zwischenfall mit scheiß Quicktime von Apple. Boy. Wir haben viel, 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 wir haben viel Zeit verloren. Laufen wir schnell zur Erdbeernegerakademie. Die Soldaten haben meinen Poster liegen lassen. Und da war noch ein zweites. Da war noch ein zweites. Der blau maske, der Mann wird von der Fernwärtsjungen gesucht. Ah. Äh. Ja, und ich glaub, es liegt daran und deswegen nochmal. I'm sorry. Und so. Aber da kann man nichts ändern. Da, hallo. Sind Sie Meister Yu? Ich muss das Erdbeerling lernen. Ein neuer Schüler. Ich verstehe. Sollen wir mit der Ausbildung beginnen? Oh Gott. Steuerung. Meister Yu's Training. Weiste den Felsen aus, die Meister Yu wirft. Meister Yu wird einen Felsen auf dich werfen. Drücke den B-Knopf-Sprung, um ihn auszuweichen. Sei vorsichtig. Ach ja, danke für den Tipp. Oh, die Musik ist geil. Alter. Das ist nicht lustig. Schieß ihn. Der hat angetäuscht. Solche Arsch. Was ist eigentlich der B-Knopf? Ich weiß es gar nicht. Schuck einfach mal die zwei Knöpfe. What the fuck? Wie soll ich denn da reagieren? Oh mein Gott. Ist das alles? Leider besetzt du nicht die erforderlichen Grundkenntnisse, um an dieser Akademie unterrichtet zu werden. Alter. Muss ich das jetzt so lange machen, bis ich das kann? Alter, ich kann doch das nicht so schnell reagieren. What the fuck? Konzentration. Wie soll ich da reagieren? Ich fang gleich ein tollen. Ja, aber ich muss das schaffen. Mann. Soll ich aber die ganze Zeit drücken? Vielleicht trifft es ja nicht im richtigen Moment. Schieß doch jetzt. Nein. Ist das der Knopf eigentlich? Scheiße, beinahe hätten wir es gehabt. So, noch ein Versuch. Ein Versuch noch. Und wenn es dann nicht klappt, ne. Aber ich bin gerade richtig ehrgeizig, das zu schaffen, gell. Das glaubt ihr mir gar nicht. Und jetzt, wenn ich jetzt einfach nur hier B-Spamme, beobachte ich jetzt mal den Mann, um zu gucken, ob der irgendeine Anzeichen macht. Keine Ahnung, zeige ich mir das jetzt. Oh, wir haben es geschafft! Oh, zum Glück. Oh, zum Glück. Oh, zum Glück. Oh, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Yay! Willkommen in meiner Erdbindig-Akademie. Was ist das denn? Was ist das denn? What the fuck? What the fuck? So, so. Es mangelt es also an Konzentration. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass sie mein Erdbindiger-Lehrer sein sollen. Die Schüler heutzutage sind so rastlos. Ich habe gedacht, rastlos. Ach, ich vergaß. Heute ist der Tag des barbarischen Erdbindiger-Turniers. Erdbindiger-Turnier? Wo denn? Habt ihr bereits euer Lehrgeld bezahlt? Lehrgeld? So kommen wir nicht weiter. Komm an. Wir fragen die Schüler, ob sie irgendwas darüber wissen. Alles klar. Ich hoffe, der Bart hat euch gefallen. Mir hat er gut gefallen eigentlich. Oh, das riech ist am Ende. Diese kleine Katzin, die hat mich jetzt zum Lachen gebracht. Jetzt bin ich wieder glücklich für den Rest des Tages. Toll. Ich hoffe, ihr seid das jetzt auch. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Bis dann.